Dass mir dieser Beruf einmal so viel Spaß machen würde, hätte ich mir nie vorstellen können. Schon jetzt darf ich in meiner Ausbildung Verantwortung übernehmen und an den modernsten Maschinen arbeiten. Eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik ist für Melina und Sebastian der Einstieg in eine spannende Berufswelt voller Möglichkeiten. Besonders bei einem modernen und aufstrebenden Technologieunternehmen wie Kiefel in Freilassing. Mehr als 450 Mitarbeiter entwickeln und fertigen Maschinen für die Verarbeitung von Kunststofffolien. Um den Beruf ausüben zu können, sollte man Teamfähigkeit mitbringen, technisches Interesse, handwerkliches Geschick und vor allem Spaß an der Arbeit. Neben der Metallbearbeitung lernen die Auszubildenden bei Kiefel fundiertes Fachwissen in den Bereichen Steuerungsbau, elektrische und mechanische Endmontage sowie die elektrische Instandhaltung. Dabei profitieren die Azubis von den neuesten Maschinen und Steuerungsanlagen. Gemeinsam werden im Team auch die schwersten Aufgaben gemeistert. Mit Zukunftsaussichten schaut es bei der Firma Kiefel sehr gut aus, weil sie mich bei der Ausbildung zum Meister und Techniker unterstützt. Und außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit für Montagen im Ausland, wodurch ich die ganze Welt kennenlerne. Elektroniker für Automatisierungstechnik. Ein Beruf mit Spannung. Nicht nur für Melina und Sebastian, sondern vielleicht auch für dich. !